Hallo und seid gegrüßt zur achten Folge, ja zur achten Folge muss man überlegen, natürlich zur achten Folge des Pharao Let's Plays und ja wir müssen eine Forderung erfüllen. Wir befinden uns ja hier in einer wunderschönen Stadt, dessen Namen ich vergessen habe, ab je du, oder? Hehehehe, peinlich, 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 peinlich. Ab je du, ab je du, sagte ich doch. Und ja, Ziel ist es hier am Ende Masterpass zu errichten und hoffentlich keine Seeschlacht zu bekommen, mal sehen. Natürlich an dieser Stelle wieder das Zitat dieser Folge, es hat diesmal das Thema Medien und es stammt von Efraim Kishon, oder Kishon, Kishon, hier haben wir, und das Zitat lautet, Journalisten sind Schriftsteller, die keine Geduld haben. Okay, gut, dann schnell die Forderung, achso, ja, Bier, wir haben noch kein Bier. Wir haben das ja vorhin erst eingerichtet, deswegen stellen wir den Export jetzt mal aus. Dilometer-Vorhersage, hier müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Geldmäßig sieht es gut aus, Arbeitslosenquote ist noch zu hoch. Wow, Wohlstand von 19, das ist natürlich optimal. Aber das ändert sich ja gleich. Wir benötigen hier auf jeden Fall Ziegeleien. Und die... Oh, was war das gerade? Arbeitskräfte benötigt? Ach, ne, ja, 15, okay. Eins für Ton, eins für Stroh und Ziege, die können sie hier hinten aufteilen. Ja, eigentlich könnte man jetzt ja sagen... Ja, wir importieren jetzt keine... Ich weiß es nicht, ich finde jeden... Ja, von jedem 800 sollten da eigentlich reichen, oder? Wir haben drei Ziegeleien. Ja, ich denke mal, das passt schon. Gut. In der letzten Folge wollte ich nicht so richtig ran, aber jetzt denke ich mal, jetzt ist es soweit, mal den Artikel 13 anzusprechen. Ein sehr beliebtes Thema zur Zeit. Beliebt in Anführungszeichen, bitte, ja. Ich habe natürlich zwischen den Aufnahmen der letzten Folge und dieser Folge nur schnell nochmal auf Neu aufnehmen gedrückt und sonst nichts gemacht. Natürlich ein Zitat rausgesucht. Gesucht. Gesucht. Aber das war's auch schon. Das mit dem Bier, das schaffen wir schon. Also, ich habe mich natürlich inhaltlich nicht nochmal exakt informiert. Aber ich denke schon, ich kann meinen Standpunkt erläutern, erörtern, wie auch immer. Aber zuerst wollte ich noch sagen, dass dieses Video am 20. Oder am 20. Moment. Unser Blick auf mein Mobiltelefon. Ja. Am 20. Februar, dem Mittwoch, aufgenommen wird. Also nur, um das mal einzuordnen. Weil das Video wird am... Okay, das... Gut, der siebte Teil kommt ja heute noch raus. Also müsste ja eigentlich Freitag rauskommen, dieser Teil hier. Gut. Ja. ACG 13. Es ist ja nun so, dass es feststeht, dass... Der... Das EU-Parlament, irgendwie besser gesagt, im Trilog, das... Nein, siehst du, da fängt es schon an. War es jetzt das Parlament oder war es der Rat oder was war es? Eigentlich am Ende ist es egal. Die haben fast alle beschlossen, dass sie diese Änderungen, beziehungsweise diese Vorschläge von Gesetzen für die Urheberrechte von allen möglichen Dingen auf den Weg bringen wollen. Okay. Grundlegend muss ich natürlich sagen, ja. Es ist sinnvoll, wenn man das in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen, naja, nicht beschränkt, aber ein Auge drauf hat. Aber. Na gut, noch nicht aber. Es ist sinnvoll, so. Jedoch... Wie formuliere ich das jetzt wieder am besten? Es ist sinnvoll, so. Punkt, denn... Natürlich ist das jetzt, keine Ahnung... Oh ja, gerne. Gerne ein Geschenk vom Pharao. Die Ziege nehme ich sehr gerne an. Wir brauchen hier wirklich noch eine Menge. Es ist wirklich nicht leicht, als, keine Ahnung, als Musiker, der vielleicht, ich weiß nicht, bei YouTube 200 oder 2000 Abonnenten hat, seine Musik zu schützen. Natürlich kann man sagen, gut, hier, ja, ihr dürft das nicht und blieblablub, aber wenn dann jetzt irgendein großer YouTuber zum Beispiel oder auch ein großer DJ irgendwie, die genau die Musik dann einbaut und kein Copyright gibt, dann fällt das vielleicht gar nicht auf. Der verdient sich mit dem Remix oder wie auch immer richtig viel Geld. Und der andere steht einfach nur dumm da. Ja, also das ist, ja, das ist nicht ohne, muss ich sagen. Ach, hier ist kein Doc möglich. Mist. Kann ich die, ja, die kann ich umbauen. Also, ja, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn ein großer YouTuber irgendwie, äh, ja, wie soll ich das sagen, schon wird er fest. Wenn ein großer YouTuber nun, äh, wenn man von einem großen YouTuber nun irgendetwas wegnimmt, ja, dann wird es gleich... Das ist nicht richtig gefährlich, dann ist man ja, dann gibt's, da gibt's einen Strike auf YouTube und bei drei Strikes ist man raus, ja. Also, mhm. Es ist halt so eine Sache, wie man das jetzt bewerten soll, davon mal abgesehen. Aber natürlich spielt diese Sache, die zwischen Daumen und Zeigefinger liegt, auch bekannt als Geld, denke ich mir, auch eine sehr große Rolle. Denn, ja, ich glaub schon, dass das alles ein bisschen auch von den Riesenkonzernen, sei es jetzt Filmindustrie oder, was weiß ich, auch Musikindustrie, Fotoindustrie, keine Ahnung, ein bisschen mitgestützt wird natürlich. Denn, so können die sagen, gut, es darf nur noch Content geliefert werden, der auch, ähm, also, beziehungsweise, wenn Sachen von uns verwendet werden, oh, das ist nicht gut. Die Fische werden weniger, das ist sehr blöd. Das heißt, wenn Content geliefert wird und der den eigenen Content enthält, jetzt angenommen, ich nehme jetzt was auf hier und schneide oder lege ein Bild aus, keine Ahnung, Fantastische Tierwesen Teil 2 drüber. Und erzähle dazu irgendwas oder möchte diese Szene einblenden, ohne den Film abzuspielen. Aber selbst wenn ich den Film abspiele, dann wäre es wirklich verboten, das verstehe ich, aber ein Ausschnitt, hm, ja, ist streitbar. Ist eigentlich auch verboten. Aber irgendwie können Leute ja auch Szenenanalysen machen, also von daher, die haben bestimmte Genehmigungen, das ist das andere. Oder ich lege jetzt irgendein Meme drüber. Selbst, das ist ja eigentlich das Originalbild, meistens aus Filmszenen, Serien, Szenen, wie auch immer. Aber halt verändert, hm, das ist auch so ein Streitfall. Und wie auch immer. Und um all dies zu regulieren, kursiert natürlich das vielleicht sogar Unwort des Jahres, das wäre natürlich interessant, Uploadfilter. Denn es ist jetzt schon so, natürlich bei YouTube, ich denke mal, wenn ihr selber einen Kanal habt, merkt ihr das, sobald ihr irgendwelche Musik nutzt, die euch nicht gehört und die auch, ja, doch halbwegs populär ist, wird es natürlich entweder verwandt, z.B. ihr könnt es nicht monetarisieren, oder es wird sofort gesperrt. Im schlimmsten Falle werdet ihr verwandt mit dem ersten, oder wie vierten auch immer, Strike. Ja. Um zu sagen, bei meinem King of the Road Intro, z.B. bei der ersten Folge, wo der Vorspann lief. Ja, auch diese Musik wurde mir angekreidet, ich könnte dieses Video nicht monetarisieren. Natürlich, das gehört irgendjemand, die Musik, das hat ja irgendjemand komponiert, z.B. so, ja, wie auch immer. Das ist schon richtig so. Also, von daher, ich glaube, ich nehme das eine Silo mal weg. Und ich importiere vielleicht mal noch, wir machen noch Plus, ja, ich importiere mal noch ein bisschen Nahrung, glaube ich. Aber was nehmen wir, nehmen wir Kicher, das ist am günstigsten wild eigentlich, ich glaube sicher wild, oder? Moment, ich will nicht so weit vom Thema abkommen, aber das ist jetzt wirklich mal 34. Nö, Kicher, ne Quatsch, Käufer zahlen. Ne, dann auf jeden Fall Kichererbsen. Aber nicht so viele. Sagen wir mal 700, dann stellen wir hier Kichererbsen ein. So. Natürlich, das Dock ist zu weit weg dafür. Ich nehme hier oben den Hafen weg, es tut mir leid. Weil hier, das läuft alles auf das eine Dock hinaus. Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht beliefert wird. Das ist nicht gut. Es gibt ja auch mehr Docks hier, also von daher. Ja. Kursiert natürlich dieses Wort-Unwort-Upload-Filter. Nun, es ist nun mal so, wie bereits gesagt, bei YouTube, man wird halt gesperrt. Oder kriegt Strafen, wie auch immer. Das ist richtig so. Und dieses Tool, um das zu entwickeln, das hat YouTube rund, ich glaube, 100 Millionen, habe ich mal in einem Video gehört. Ja, kann das sein. 100 Millionen US-Dollar kostet. Um Musik zu erkennen. Wir reden jetzt nur von Musik. Wie viel soll es denn kosten, wenn es ein Tool geben muss, das Bilder, Filme geht vielleicht noch, weil da ja auch Ton dazu ist, okay. Aber Bilder erkennt. Überlegt euch mal, da müssten die jedes Video durchsehen, was jetzt gerade hochgeladen wird. Oder auch bei Twitter hochgeladen wird. Jedes Foto, was bei Twitter hochgeladen wird. Bei Facebook irgendwas gepostet. In irgendeinem Blog. Was weiß ich. Jedes Foto, was da irgendwie nicht euch gehört. Sei es jetzt aus einem Film. Es kann aber einfach sein, ihr habt, keine Ahnung, in Köln, einfach mal so in die Gegend fotografiert. Und da sind, ich weiß nicht, was die Anzahl ist. Ich glaube, mehr als, weniger als 10 Personen. Was ist die Anzahl? Es gibt eine Anzahl, eine festgelegte Anzahl, glaube ich, ab wann man einfach so mehrere Menschenmassen fotografieren darf. Obwohl einzelne Menschen relativ nahe zu erkennen sind, eben weil sie näher sind oder wie auch immer. Und das trotzdem nicht die Urheberrechte an einem eigenen Bild verletzt. Ähm, oh. Das ist nicht gut. Kein Handel mehr zurzeit. Zumindest kein Wasserhandel. Also wenn man da irgendein Bild reinmacht, wie viel soll es denn kosten, um ein Tool zu entwickeln, was das alles wirklich entdecken kann? Also, ich denke, das kostet schon, das würde enorme, enorme, enorme Mengen kosten. Weil, ja, ich meine, überlegt euch das mal, was da für ein Algorithmus dahinter stecken muss, um zu sagen, ja gut, okay. Das ist jetzt nicht von dir. Zeig mir mal bitte deinen Copyright dafür oder, oder, keine Ahnung. Oh, 35, die Löhne sind gestiegen, ne, da. Das macht natürlich mehr Ausgaben, das ist nicht gut. Deswegen gucke ich jetzt schon, dass ich hier ein bisschen mehr Gäste, dass ich noch mehr Bio exportieren kann. Ähm, Brauerei. Ja, ich weiß, ich brauche Arbeitskräfte. Warenlager, 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 Warenlager. Also, deswegen besteht natürlich die Angst und auch die Gefahr, dass YouTube sich das einfach macht, denn YouTube wird dann verklagt. Das ist das Problem, wenn... Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist eigentlich diese grundlegende Änderung. Wenn jetzt bei YouTube etwas von jemandem hochgeladen wird, was ihm nicht gehört, soll die Plattform verklagt werden dafür. So, um das zu verhindern, kann YouTube natürlich einfach sagen, gut, ich schütze mich dagegen, dass ich nicht verklagt werde, dass ich nichts bezahlen muss, indem ich einfach sage, nö, ihr dürft gar nichts mehr hochladen. Oder ich mache da einen Upload-Filter rein und ihr dürft das dann nicht mehr hochladen. Also, so ist vielleicht der Werdegang. Ja, das ist schon alles nicht so einfach. Also, wenn man sich das wirklich halt mal richtig verfolgt, das ist... Da steckt eine Menge Streitpotenzial dahinter. Und das Schlimme war ja wirklich halt, dass sich der Deutsche, also beziehungsweise CDU und SPD haben im letzten Koalitionsvertrag, vom letzten... Ja, also seit der Legislaturperiode aktuellen, halt beschlossen, ja, wir möchten keine Upload-Filter und sowas haben. Keine, ich weiß nicht, wie es formuliert wurde, keine Eingreifungen in das... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es formuliert wurde, wie auch immer. So. Das haben die beschlossen. Okay. Und da im Text dieser Gesetzesänderung, Gesetzesbeantragung beim EU-Parlament, Beirat, wie auch immer, zurzeit nichts von Upload-Filtern drin steht, hat natürlich die CDU und auch Teile der SPD, aber nicht alle von der SPD, aber die CDU, geschlossen. Dafür gestimmt, geschlossen. Das machte natürlich, an dem Abend, als das rauskam, den Hashtag von Kronk in die Welt gesetzt, nie mehr CDU. Dezent berühmt, um es mal so auszudrücken. Oh ja, wir können auf jeden Fall Bier exportieren. Dezent berühmt, also da... Ja, das war schon... Ja, wurde wirklich berühmt, dieser Hashtag. 21, oh, oh, oh. Also... Nun gut. Um das mal so zu sagen. Wo es am Ende hinführt, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe wirklich... Achso. Es gibt wahrscheinlich am 23. März Streiks, beziehungsweise Proteste, wie auch immer. Ja, nicht... Ja, man kann es so und so sagen. Die halt gegen den Artikel 13 logischerweise sind. Und der nette Herr Axel Voss, heißt er doch, glaube ich, der so beliebt ist, hat doch dann gemeint, ja gut, dann vertagen wir die Entscheidung bezüglich dieses Artikel 13 und Artikel 11, das sind zwei Artikel, einfach mal nach vorne, eben um nicht diese Proteste in Europa zu haben, weil das wird nicht bloß in Deutschland sein. Nein, nein, geplant sind wirklich sehr viele Länder, vor allem auch Osteuropa. Ja, das fand ich sehr interessant. Also, auch dort drüben, ja. Mal sehen, was da noch so draus wird. Ich bin gespannt, wirklich. Okay, wir haben zu viel Papyrus. Viel zu viel Papyrus. Wir nehmen hier mal einen weg. Und hier drüben brauchen wir Arbeiterlage, fällt mir gerade so ein. Oh! Ja, mehr Leinen, das ist gut. Aber ich glaube, ich bräuchte eigentlich mehr Flachs. Mal sehen, wenn das hier wieder da ist, dann bauen wir das mal auf Flachs um. Also, so ist der Stand und mal sehen, mal sehen, was noch so passiert. Ich hoffe wirklich, dass auch diese Online-Petition, die ja schon seit längerer Zeit kursiert ist, und ich weiß gar nicht, wann ich das unterschrieben habe, ich glaube, das war auf jeden Fall schon im letzten Jahr, dass die vielleicht noch mehr Zuspruch findet. Das sind zurzeit 6,7, Mensch, 4,7 Millionen waren es, glaube ich. Die da unterschrieben haben, natürlich... Ach Quatsch, doch keine Zupfer rein. Ich wollte Weber reinbauen. Natürlich, wie viele davon doppelt sind, ja, hm. Aber selbst wenn es 4 Millionen sind, sage ich mal, trotzdem, das ist eine Menge, die kann man eigentlich einfach nicht ignorieren. Man sollte vielleicht mal auf die... Ja, nicht hören unbedingt, aber ich meine, man darf sie nicht einfach so sagen, wie, gut, okay, wir machen das jetzt trotzdem so, wie wir wollen. Ja, das könnte natürlich Auswirkungen auf die EU-Parlamentswahl, beziehungsweise auf die Europawahl am 26. Mai haben. So, sehr viel geredet jetzt darüber. Ich glaube, das reicht erst mal. Lieber noch ein bisschen Pharao, also wir, 26.000 leben, das läuft gut. Lieber noch etwas Pharao-Geschehen kommentieren. Wie sieht es denn aus hier? Ach ja, Monument 5. Hm, das dauert auch noch ewig. Wohlstand 22. Zu wenig Haushalte haben Zugang zu einem Zahnarzt. Wir brauchen noch mehr Arbeitskräfte, was ist denn das? Natürlich, ich kann hier eigentlich... Ja, doch. Wir könnten mal... Oh. Das... Vor allem die Feuerwache direkt daneben. Was ist denn das? Das muss man mir jetzt mal erklären. Ähm, wir könnten mal auf jeden Fall uns darum kümmern, noch ein paar Töpferwaren ranzubekommen. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Ich denke mal, das schadet nicht, wenn die Häuser noch einen Sprung mehr machen. Gerne auch noch einen Sprung. Dazu brauchen wir natürlich Töpferrei. Habe ich nicht gerade schon eine gebaut? Nein, habe ich noch nicht. Bauen wir hier eine. Und hier noch eine und müssen dann noch mehr Ton importieren und Geschirr... Ach so, ja wohin das Geschirr ist natürlich die Frage. Das Geschirr muss ja auch noch irgendwo gelagert werden und zwar relativ nah. Dann machen wir... Oh, das war jetzt irgendwas. Geschirr... Was war das? Increased Reading. Mit Bier. Das ist aber schön. So, jetzt können wir das Dock neu errichten. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten... Das Schiff steht halt immer noch da. In der nächsten Folge... Hier wenigstens die Masterpass zu beenden und dann mal sehen... Ja, vielleicht geht das dann ja auch von allein. Okay, wir brauchen gar nicht mehr so viel Wohlstand. Einer nur. Ich habe das eigentlich relativ schwer in meinen Erinnerungen gehabt. Dass das nicht leicht war, den Wohlstand. Wir brauchen unbedingt Arbeitskräfte. 361, ne gut. Das ist eigentlich relativ schwerer, den Wohlstand zu stemmen, sage ich mal. Ich wollte mehr Ton importieren. Jetzt hat es wieder... Klick, klick, klick. 1.300. Ja, das geht jetzt auch schon wieder fast 20 Minuten, diese Folge. Das heißt, ich werde dann... Das sieht schon schön aus, hm? Hier fehlen noch 14.000... 6.800... Und 7.600. Ja, das ist schon noch ein bisschen was. Was haben wir? 43, 41, 34. Hm. Im Schnitt so 38, 39 Prozent. 39 oder so. Wie auch immer. Da muss schon noch ein bisschen was passieren. Und wir haben halt noch nicht so viele Ziegel. Schön, dass der Ton hier oben landet. Aber es müsste eigentlich... Müssten wir eins nur für Ziegel machen. Habe ich das nicht bedacht bis jetzt? Ist egal. Ja, Ziegel nehmen wir gerne an. 2.200, die bringen uns auf jeden Fall weiter. So, Flut beendet. Jetzt sehen wir schon die ersten zwei neuen Karren, die... Die Ziegel stemmen zur Masterbar. Da ist der nächste. Na los, es sind immer... Immer 400, glaube ich, oder? Ja. Während die Felder unter Wasser stehen, arbeite ich für den Ruhm. Während die Felder unter Wasser... Während die Felder unter Wasser stehen, arbeite ich für den Ruhm Ägyptens. Ah, sehr schön. Wir bräuchten jetzt... Arzt, wir bräuchten sogar so eine Arztpraxis. Wir bräuchten jetzt Arzt. Das ist ein sehr gut formulierter Satz gewesen. Ach ja, wir können hier noch ein bisschen was ab... Hm, natürlich aufpassen. Noch mal auf Osiris aufpassen. Ja, die hat bis jetzt kein einziges... Oder der hat bis jetzt kein einziges Fest gehabt. Der oder die Osiris. Achtung, ein kleiner Hinweis. Es hat mir an dieser Stelle die Aufnahme beendet, da... Das nette Aufnahmeprogramm meinte... Jo, es ist nicht genug Speicherplatz verfügbar. Stimmt eigentlich nicht, da ich genug Speicherplatz zur Verfügung habe. Es aber auf der einen Partition gespeichert hat, die relativ voll ist. Und dann meinte es, nö. Irgendwie speichere ich jetzt mal da. Das heißt, es fehlen jetzt, glaube ich, ein oder zwei Minuten des Pharao-Let's Plays. Aber das ist nicht schlimm. Es ist nicht sehr viel passiert. Wir wurden nicht angegriffen. Ob jetzt vielleicht mal zwei Minuten fehlen oder nicht, ich glaube, das ist nicht schlimm. Also ich empfinde es nicht als schlimm. Wenn es doch schlimm für euch ist, dann sagt das, schreibt es in die Kommentare. Dann nehme ich das nochmal komplett von vorne auf. Wäre auch kein Problem. Aber ich glaube, ob da jetzt mal zwei Minuten fehlen oder nicht, ist auch nicht so wild. Wenn es überhaupt zwei Minuten sind. Ja, das war der Nachtrag.